das das die Verballern dann alles mit neuen Waffen weiter ja äh, falsche Richtung bleiben wir Mensch, Simon du kennst den Weg den dort nicht aufhalten, ich hab schon gesehen, der ist in dem Vieh drinnen, der nächste Deposit echt, bei mir ist der hinter uns hinter uns, okay ja jetzt ist es hin alles sehr seltsam ach, hier ja war so eine Seitentür der Ofen der Ofen genau, denn hier waren wir glaube ich noch nicht dunkel, ey ja, gut, haben wir jetzt auch die Lampen, ne? aus dem leuchten die Kisten ja ganz schön da muss ich noch Fleck drauf anstreifen wenn man dafür nicht drüber stolpern, ne? da könnte man ja verklagt werden naja, eben huch okay, ach man, nur die Bank, die ja geblinkt hat oh, hier, du ouch alter, hat's mich jetzt gerissen ha ha sie glauben gar nicht, welchen Ärger sie mir erspart haben saubere Arbeit was? da ist der Eiser der Marker-Killer Eiser Clark und hier sind wir auf der Heimatwelt der Marker ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden so sind wir uns also durch den Schock-Space gefolgt ah, ein ganz cleveres Kerlchen nein, nein, er will nur Eisekörper, wir anderen können gehen sie fehlgeleiteter Baster hey, sie haben mich lassen sie die anderen gehen es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen alles, was wir berühren, kontaminieren wir die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war und pervertierten es Himmel, ersparen sie uns diesen Scheiß ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen ich bekämpfte EarthGarfs fortlaufende Forschung befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen und jetzt? habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen Sie alle nein, 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 sie versprachen mir ein Schiff, Dänik wir hatten ein Deal ja, tut mir leid aber ich kann nicht auch nur einen von ihnen gehen lassen ich entschuldige mich für die Irreführung, Käft ja, hier war Headshot 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 ja, genau, schieß mit dem Bot was? weil ich einen Bot noch in der Hand hatte hey unser Haus ist hier ja Bruno Hallo Bruno ja Treffsagen nicht ganz Bruno war, glaube ich, kleiner oh und hat nicht so gesagt Mensch boah Bruno, hörst du auf ah okay ja, der hat's dringel am Löffel schau mal, die ist da ah da ach da kommt für eine Mistfecher auch ja okay okay und mich hat's gemampft, oder ne? ja aber aber sie ausgespuckt, okay kann erreicht sein mir das nicht so gut geschmeckt du anscheinend, er? oder hat's sich einfach nur zermatscht? mich hat's zermatscht erbärmlich glaub ich hatte keine Mini-Effex mehr ja ja ach komm schlürf wieder ja schlürf wieder oder? ne schlürf schlürf etwa die schlürf Oh, Fuß. Okay. Was? Ausweichrollen. Nie gemacht. Jetzt brauchen wir das auf einmal. Schießen Sie auf die gelben Stellen? Ja, doch. Ich glaube, wir machen es nur wütend. Nein, es funktioniert. Ja. Das ist viel. Ah. Noch bei Gegenlicht, ja? Also, naja. Nein, es frisst mich. Huch. Bleh. Loh. Back bin ich. Äh. Ah, das ist mal so gewollt. Okay. Ah, lecker. Ah, das ist mal so gewollt. Ah, das ist mal so gewollt. Ah, das ist mal so gewollt. Oder was? Erstmal ist es schon verdauert. Huch. Ah. Das müssen wir die Dinger da bestimmt getötet. Ja, natürlich. Autsch. Ja, die scheiß Minenviecher, ey. Wo denn da? Wir haben hier rundherum, ne? Ja. So, wo jetzt? Da ist immer noch eins. Ach, das ist wieder aufgegangen. Jo, anscheinend. Autsch. Ich glaube, wir müssen hier wegschwimmen. Ja, Ruder, wohin? Nee. Na, ist auch nix. Ja, oder so lang reizen. Das kann auch sein. Vielleicht kotzt es irgendwann. Aber sie haben kein Ziel. Ja, jetzt auch. Es kotzt. Vielleicht. Ich muss immer was mal hoffen. Ja, es kotzt. Gut. Glück gehabt. Dead. Okay. Ihretwegen sind wir hier. Sie haben sie ermutigt. Und was hat es gebracht? Alina. Wir stehen zwischen Danik, der uns abknallen will und was immer das sein mag. Sie haben uns verraten. Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, Clark. Aber nicht mehr lang. Captain. Jure Sargent. Das ist alles deine Schuld. Sie liebt mich nicht. Tot. Passt. Oh, scheiße. Wie erzählen wir das jetzt? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Kommen Sie. Er wird nicht lange tot bleiben. Nicht hier. Wie soll ich das Ali erklären? Hey. Sagen Sie ihr die Wahrheit. Und jetzt weg hier. Oh, man. Hä? Was hat das Foto da? Hat sich der gerade noch bewegt? Naja, erstmal zertreten, den Mongo da. Verdient, verdient. Vielleicht nur ein bisschen festnageln. Ja, stimmt. Runterschubs. Und tschüss. Tschüss. Das hier ist nicht passiert. Vielleicht noch ein Bein irgendwo. Ach, was soll's. Gut. Nach den Sternen greifen. Ich seh' keine Sterne. Ich seh' aber nur ein Disposal. Ja, das ist, glaub ich, drinnen. Ne, das ist hier. Echt? Ja. Metalldetektor. Erfolg verengeschaltet. Aha. Ich nun nicht. War nicht, weil ich so, so viel Bots gesetzt hab. Kann gut sein, ja. Hier vorne ist noch eins. Hinter der Wand. Oder so. Hier geht's aber noch weiter. Ja, Moment. Ich mach'n Motor an. Ah, okay. Hier soll's weitergehen. Hier drin ist auch ne Bank. Guck, ne Bank. Oh. Wir haben dann mal einen Plan bekommen. Ganz gerne mal ne Anzugstation nochmal. Ja, das bin ich schlecht. Aber wir können... Ne. Was denn? Guck, glaub ich, ne neue Waffe, ein neues Tool bekommen. Glaub nicht. Weil irgendetwas da an für mich aufgegangen ist. Ja, klar, war spannend. Sucherabot, eine ist okay. Ja, sind noch ein paar neue Pillen dabei. Guck, glaub ich. Wie die Packs passt alles. Muni braucht man. Gott, ich hab keine Muni. Ich hab genug. Kannst du mir auch welche haben. Wenn du schon welche gebaut hast. Ja. Ach ja. Oder wie viel hast du? Ähm. 20, 40, 54. Ja, wenn du noch mal loskommst. Was? Ich weiß selber nochmal ein bisschen was mehr. Wie super. Jetzt hat's. Nee. Hm? Hm? So. So. Hallo. Ich hab ihn erschossen, Ellie. Was? Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Norton hat uns verraten, Ellie. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Ich... Ach, kommen Sie. Wir müssen weiter. Jetzt sind nur noch wir vier übrig. Ich kann das nicht. Dann lassen wir sie zurück. Wenn sie sich nicht zusammenreißen, sind sie eine Gefahr für alle. Sie sind ein Monster. Niemand wird zu Hause lassen. Hey, kommt. Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Aber dass der das gar nicht erklärt hat, oder so, warum er ihn erschossen hat. Nein, nein, ich hab ihn einfach umgebrochen. Ist das nur bewertet. Ist hier unten? Ne, ist hier oben. Da ist die Pause. Okay. Na dann. Auf geht's. So. Wart auf Partner. Ja, wir müssen doch warten. Ja. Achso, ja, warte. Geh du mal nochmal. Mach. Was, wie, was, wie? Hier. Blick, ja, Blick. So. Ne, muss schon mal auf die andere Seite gehen. Jetzt. Ding. Oh, cool. Wir lösen eine Lawine aus, wenn wir alle versuchen, hoch zu klettern. Was machen wir jetzt? Ich klettere zuerst hoch und seh mich um. Vielleicht gibt's einen sichereren Weg. Aha. Ja, aber... Was geht denn bei dir? Was geht denn bei dir? Wieso? Nee, was? Nee, was? Oh, du tue nicht. Achso. Hi. Bleibst. Bleibst. Okay, was geht denn? Ja, dann. Warte. Klack. man kann den bot auch während man an der wand erst machen. Wo sind die Winde rein? Man kann auch ballern. Ich nicht. Ne, hier ist es auch nicht. Okay, also noch weiter rum. Ja gut, dann müssen wir erstmal da rum. Ali, komm schon. Norton hat mich mit deiner Waffe bedroht. Es tut mir leid. Macht's das etwa besser? Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Was? Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau wie alles andere auch. Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre an die Schäfer gehalten hat. Norton ist tot, weil jemand ist bei ihm genauso da. Ah, das wir auch machen. Ei. Hmh.. Jedenfalls äh.. Nein, 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 ok. Eh, ok. Nope, immer noch nicht. Lassen Sie sich mal mal die Zeit hier. Oh, es war leid, aha. Ja, leid uns zu halten. Nicht weit genug, ja. Na? Hallo? Ich klau dir die Kisten immer. Ne, was? Du musst das doch jetzt irgendwo sein, oder? Oh, hallo. Was ist das denn da dran? Ey, da ist irgendein Vieh. Aha, ist gefangen. Was du jetzt aufnimmst, ist das Vieh? Ah, da kommt noch eins. Wir müssen nur noch alles zertreten. Waffe 2 soll ich nochmal ausprobieren. Ja, die ist ein bisschen komischer zu lenken. Mit dir wohl, ja. Mein Deutsch wird wieder. So, geht's lang. Weil das ist kompakt dran. Ah ja. Wieder der Klump, ey. Hm? Hier schwebt ein S in der Luft. Ein S? Nee, der 5. Ah. Folge dem Piepsen. Hä? Hier. An der Spitze meines Dings da. Ist das auch? Nee, sehe ich nichts. Ist drauf. Okay. Nee. Dann ist es Bock. Ja, jetzt ist es mal aufgenommen. Ist gesehen. Jo. Hey, ich habe hier einen Frachtkäfig gefunden, aber er hat sich im Felsen verkeilt. Ich versuche ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Ali, hörst du mich? Wir sehen ihn. Kommt, Ali. Der Käfig ist jetzt unterwegs. Ali, kannst du ihn sehen? Ali! Vorsicht! Sensor! Kinker mich! Ali! 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 Na toll. Wie? Die frecken jetzt auch einfach weg, oder was? Klingt was danach? Ach, gay. Irgendwann freckst du mir auch noch weg und dann muss ich das Spiel einspielen, oder was? Ja. Ja. Wie ist denn da weiter? Das Depot ist direkt unter uns. Echt? Ja, anscheinend. Also zumindest ist es hier irgendwo und hier ist nichts. Ah. Über uns kann es auch nicht sein. Ja, ist unten. Ja. Ja. Die Blut ist aber hell. Das soll ich mal nix aufladen. Boah. Okay. Hallo, ich hinter dir. Okay. Hallo, brennst du jetzt mal? Wolfram. Das ist schon das zweite Mal, dass es Nacht wird. Boah, fällt mir grad ein. Das erste Mal, als wir herkommen sind, jetzt schon wieder. Also, sehr seltsam. Ist hier irgendwas mit Interesse? Ist mir sowas doof hier die Ecke. Ah, ne da rein. Okay, ja. Ist zu naheliegend. Das ist auf jeden Fall wieder so'n Seil hin. Ah ja. Ist mir da flamm? Nein, hier ist noch was. Unihelfer. Oh Moni, ich wirklich. Naja, egal. Kann verkaufen. Ich hab einen da. Ich hab einen da. Na komm, hier. Oh Monster. Was ist das? Komme ich hier jetzt vorbei? Um die Seite springen Geht nicht Der Rüttestell mal ab Hä? Wie? Wie? Ja mit Shift Mit Shift springt man? Ja Ah Seit wann das? Seitdem du an der Wand hängst In meinem Feuerwerk unmöglichen Winkel Weißt, da steht nirgends wo halt die Shift gedrückt Das stand da eben, am Anfang Echt? Gott sei Dank Hör mal Wegen Robert Ich verstehe einfach nicht, warum er versuchen sollte dich zu töten Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier Er wollte unbedingt heim Ich wollte unbedingt bleiben Aber die Mission ist alles was zählt Ich dachte Robert hätte das verstanden Ich bin für dich da Und das meine ich ernst Ich bin für dich Ja 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 Geht Ja Ja Ja